Die Hilfe habe ich für Lichtschwerde gemacht. Oh Gott, das heißt ich muss die erste Folge morgen früh schneiden und rendern. Dass die morgen gleich hochgeladen wird. Chaoten Folge. Aber fetzt schon. Macht Spaß. Ich muss besorgt, dass meine Kinder nicht wach werden, so wie ich hier umgegauze. Ich glaube die sind schon längst. Du bist so Maven, heimlich, heimlich, heimlich. Ich wollte mich Maven, Maven. Das bin ich nicht Maven, Maven. Das war auch gut. Nein, lieber Malven, ich schweig und hock mich. Oh toll, jetzt hast du der Sarah den Tanz geklaut. Nein, ich Maven. Wo ist er denn überhaupt? Geht noch gar nicht eigentlich. Ich bin hinter dir. Ja, ich bin auch nicht. Ich könnte eigentlich auch den Stream anhauen. Ja. Könntest du machen. Okay, na lust. Sarah, Sarah. Nee. Ach, Luca ist mir scheißegal. Komm, sorry, ich kann mit Ike tanzen. Oh, Schnürckelchen. Hier, Sumpf, 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 da hinten ist irgendwie eine. Ja. Ja, okay. Und dann geh mal da hoch zu der, würde ich sagen. Ja. Ich wollte die ganze Zeit mein Kleid da ändern. Ich will den Standard-Teamfighter, ich will was Besonderes sein. Ich will immer was Besonderes sein. Ich, das sowieso, Ui. Hey, du bist was Besonderes. Oh. Geh direkt in die Läder. Geh direkt in die Läder. Geh direkt in die Läder. Geh direkt in die Läder, stattdessen. Ich renne ja direkt in die Läder. Vielleicht bin ich ja nicht, werden kann ich dann nicht. Äh, dort in der Ruine müssten auf jeden Fall Waffen sein. Nee, ich geh auch aus mir hin. Aber da sind halt auch Sturm, da sind auch welche. Ja, du, Alter. Ich bin ja gut mit überall. Da verlegt gerade welche ab und runter. Ja, ich bin in einem Geschenk. Oh, goldene Skar. Wir sind nach einem Schaum. Ja, ich mach nur den Banner. Ja, ich brauch aber grad mehr Healer. So, Banner ist. Geil. Du musst aber jetzt direkt in die Zone. Oh, man, guckt euch Melvin den feigen Arsch an. Ihr kommt jetzt erst hier an. Ah, coolen Blaster. Danke, Leute. Ich hab, ich hab ein Blaster für den. Melvin, ich hab dafür ne Goldene und ne Lila extra Waffe. Ich hab nur einen Blaster. Ich hab nur einen Blaster. Ich bin mal ein paar andere. Wir können auch mal... Das ist schön, immer wird mein Banner erwähnt. Äh, ich würd sagen hier oben zu dem Ding, weil dort ist die Zone. Oh, das ist... Äh, nee, äh, nee, das ist bei jedem... Ach so. Ja, das ist bei jedem eigenen, weil jetzt gerade sehe ich da auch meinen Banner. Oh, mein. Schade, dann ist da doch kein Geist. Ja. Oh, erstmal ne Slurpy Swamp rumgehen, damit ich... Genau. Das erinnert mich auch an, äh... Ich hab am wenigsten Leben hier von uns. Huch! Äh, ja, hier in Slurpy Swamp kannst du die großen Kanister abbauen, dann kriegst du auch Leben und, äh, Schild. Ich weiß. Das erinnert mich an eine Yoda-Szene von Luke. Da sind welche... Ach, Charin, hast du ein Blaster? Aber das... Ich glaub, das sind Bots. Der hat gebaut und abgebaut. Ich glaub, da extra die Tür, extra die Tür. Jesus, war da auch so weg. Ich will hier jedes Mal den Phaser nachladen. Mach ein bisschen Druck, ne, ich mach ein bisschen Druck. Du bist ja in Spiel, wenn es halt jemand in Spiel, den brauchen wir uns, ist ja in Spiel. Ich gönn mir halt hier Slurp. Ich bin jetzt hier. Sarah, stell dich gleich mal in die Tür. Oder ich hab noch keinen Start. Genau. Ich hab noch ein bisschen open. Hey, dann wach doch. Ich hab noch den Eifel. Toll, Satz mit X. Boah, das lagt dadurch, dass Discord offen ist. Ja, ich hab zwei verschiedene. Und zwar hab ich einmal... Ja, aber... Wenn ich jetzt über was anderes quatsche, hört man euch nicht. Hier hinten wird auf jeden Fall geschossen. Ja, sag mir. Sag mir, dass ich richtig höre. Sag mir, dass ich richtig höre. Ja, Lichtschwerter! Was? Ike? Oh. Oh. Komm mal, Ike. Ja, ich komme auch. Bitte gib mir einen Lila. Was gibt mir einen Lila? Lila ist noch. Das Rote hab ich. Ey, Luca, dein scheiß Ernst. Ey, jub mich gar nicht. Du hast mir all gespielt. Ich hab dir eins nicht. Dich nehm ich mit. Boah, ein schönes Lila. Das hab ich heute. So, ich hab jetzt mehrere goldene Waffen. Ich hab nur eine. Ich hab ein blaues jetzt. Ich wirst mich nie lesen. Boah. Muss ich jemanden rote? Ich hab gar keins. Ich hab wirklich gar keins. Ja, da oben liegt noch eins, Melvin. Ich habe. Müsste grün sein. Blau. Ja, ist doch grün. Ich hab blau. Ich bin traurig. Sag mal, wo bist du denn? Komm mal hoch hier. Ich hab hier nicht schrecklich geklaut. Nein. Nee, ne, gib mir das blaue. Lara, ihr tauscht, ihr kriegt das Lila. Nee. Das ist wirklich schlecht. Das ist recht nicht. Das ist recht nicht. Nee, ich... Apropos, gab's hier noch irgendwo so'n XP-Punkt? Den habt ihr ja bei so'n Wasserfall. Aber so'n komischen Slurp-Wasserfall. Naja, den hatte ich schon. Ich dachte, hier gab's auch noch einen. Den hatte ich auch schon. So, okay. Abge... Wollen wir nicht eigentlich zum Banner? Ja, das ist... Das ist da hinten. Das wurde... Ja, ich hab irgendwo random markiert. Tschöne. Na dann. Hallo? Mir fehlt nur noch der eine Banner. Da oben ist jemand. Dann töte es. Ah! Melvus! Melvus! Er hat mich direkt geholt. Jetzt wird er selber stolz. Ich bleib bei meinem I-Key. Ja, Melvus. Oh, jei, jei! Der ist doch weggefahren. Melvus ist von mir weggefahren. Oh, Zone kommt. Ich glaub, den Banner muss man in der nächsten Runde machen. Okay. Eieiei, aua. Zone, Zone, Zone. Guck mal, Melvus. Der, der mir hilft. Und hier. 24 Leben. Ey, hast du nur 4? Ah, du machst selber. Medikit zweimal. Das gibt's zweimal, also. Ah, okay. Oh, hier sind Lichtschwerter. Oh, geil. Ernsthaft? Ich will lila. Ich will lila. Ich will lila. Dann hätt ich gern mein rotes wieder. Ja, wenn ich lila kriege, kriegst du ein rotes, ey. Kriegst du dein rotes wieder. Gibt's hier ein blaues? Das blaue hab ich. Okay, Handy, Handy. Melvin, dein Handy. Ja. Der hat direkt aus deinem Handy im Aufmeistern gemacht, ey. Nee, weil ich hör das ja richtig. Ich auch. Ike. Ah, sorry. Ähm. Ja. Moin. Oh, hier ist. Ja. Nein. Ike. Hast du ein Medikit, Melvin? Hm, ja. Ja. Das ist hier... Das ist hier... Ich hab jetzt kein rotes mehr, aber das ist mir egal. Ich geh dann mal in die Zone, oder? Ich geh dann mal in die Zone, oder? Ja. Ich geh dann mal in die Zone, oder? Ne, nicht mehr. Ja! Ja! Sif... Sif auf der Überholspur! Hä, Sif, oder? Hä? Was? Da hinten! Wo? Da wo ich markiert hab, also, genau, aah! Stimmt, Phaser. Einfach mal wild in den Busch geschossen. Äh, Maven, mit dem Phaser down machen. Oh, nächste Aufgabe erfüllt. Füge Gegner mit Schaden. Äh, eine Aufgabe erfüllt. Äh, stopp mal, ist hier nicht auch irgendwo eine Absturzstelle gewesen? Ja, ja. Ja, Zone kommt, Zone kommt, Zone kommt, Zone kommt, Zone kommt. Hier oben ist die Absturzzone. Warte, ja. Wenn wir die noch kriegen, hab ich zwei Aufgaben erledigt. Ja, dann lass uns die Richtung gehen. Ich muss auf Lichtschwert schaden, Leute. Den Schaden muss jeder noch machen, irgendwie. Ja, dann lass... LOL, Füge Gegnern Schaden mit einem Lichtschwert. So hab ich zu 100% voll, dank der Gruppenhilfe. Ich auch. Ne, 300. Du hast, du hast ja 100, ich hab 300 voll. Ernsthaft? Jaaaa! Ich hab's fertig. Phase 3 von 3, glaube. Ich hab Gruppenhilfe. Ich hab Gruppenhilfe. Ich hab bei Gruppenhilfe, die es mit den Rumpfruppen mitgetreten. Zoom, Zoom, Zoom. Ich will eigentlich noch ein rotes Lichtschwert. Ich hab Eic aber das rote wiedergegeben, weil Eic ist eine bessere. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Wir wollen zwei Lichtschwerter haben. Äh, warum? Es gibt doch Jedis, die mit, oder Sif, die mit zwei Lichtschwertern kämpfen. Nein, nein. Zum Beispiel, zum Beispiel Darth Raven. Äh, Revan. Der hat ein rotes und ein lilanes. Es geht gerade darum, dass wir Fortnite spielen und nicht mehr spielen. Jaaaa! Jaaa! Aber, aber guck mal, äh, Sarah wäre zum Beispiel die ideale Frau für Darth Revan. Der hat ein lilanes und ein rotes Lichtschwert. Ja, Maven. Hast du dir was vorgelegt? Da, vor uns rennt Ena. Ja, hier ist ein Fläche. Bei dir. Oh jaaa! Hier hab ich richtig abgestopft. Jaaa! Hinten in der Stadt wird noch gekämpft. Eic, eic, eic! Na ja, ich seh es! Ich übernehme erstmal den Posten. Jaaa! Hier! Abschlussstelle! Jaaa! Aber, aber keine, äh, Dinger mehr! Dafür! Aber hier hat's der Banner! Mrrrrrrr! Hat der den Banner eigentlich auch da? Ne Katze! Hä? Nein! Der hängt schon! Nein! 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 Eic, ist so mühe! Wir werden abgeschockt. Ist das? Ja, da hinten im Wasser! Lass den mal feuern! ich mag das mit dem outfit und das neben uns und der seite nein nein der hat nur auf den klauschern der hat nur auf den klauschern ich habe keine munition Lichtschwert Schaden! Jaaa! Oh Gott! Hier sind alle SIFs! Ja komm! Lasst dich von mir umbringen! Jaaa! One Hits! Geil! Geil! Einer hat für euch Heals! Nein! Gar nicht! Der hat mich Der hat mich halt gehittet, aber nicht wirklich getroffen! Ich hab nichts verloren! Mit einem Hit hab ich ihn umgehauen! Hier ist noch einer! Drüben! Ja, ich bin grad zu einem! Jaaa! So macht man das! Jaaa! Jaaa! Oh Gott! Oh Gott! Gott! Ich bin happy! Ich hab'n Rocklauncher! Ich find' das passt mit dem Outfit hier! Ja mit deinem Outfit schon! Ähhhh! Hier ist auch noch ein rotes Lichtschwert! Ja, hier oben liegt das! Ich bin irgendwie voll die Rebelle. Ich bin irgendwie voll die Rebelle. Ich warte echt ab, bis meine Kinder rauskommen. Papa, du bist der Held! Tatsächlich, das lilanen Lichtschwert passt irgendwie voll gut. Ich weiß nicht von wo. Scheiße, ich wurde angeballert. Lange Snipe sogar. Okay, wenn es so ein Sniper ist... Ich hab keine Sniper-Oni. Da hinten! Da hinten! Ich hab Lichtschwert draußen, also. Ich block das alles, diese Zudem nicht. Hinter uns! Pass auf von der Seite, Ike. Ja, ja. Ich bin halt gleich weg hier. Durch den Idiot mit dem lilanen Lichtschwert. Oh lol, man kann sogar seitlich springen! Ja, ja. Wieder gestreckt. Ich bin auch fast tot. Fuck! 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 Ich sag nicht! Nein! Ihr tut mir das doch jetzt nicht ernsthaft gerade an! Doch! Also... Ihr seid solche Arschlöcher! Boah, sag nicht! Boah! Sarah, hilf! Oh Gott! Ich bin fast tot! Du darfst nicht springen! Ja! Und du darfst vor allem mit ihm einen Abfall! Zur Lobby! Und du darfst vor allem mit ihm einen Abfall! Ich bin fast tot!